Mit der Verleihung der goldenen Palme sind gestern Abend die 75. Filmfestspiele von Cannes zu Ende gegangen. Der Hauptpreis ging an die Komödie Triangle of Sadness des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Für ihn ist es bereits die zweite goldene Palme seiner Karriere. Sein Film spielt in der Welt der Schönen und Reichen. Dabei macht er mit schwarzem Humor und teils provokanten Szenen viele Gesellschaftskonflikte zum Thema.